hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal PELLA 2104 79 zockt schön dass du wieder dabei bist wir sind im pc building simulator und wie ihr seht haben wir hier eine menge zeug hatten schon mal ein bisschen was vorbestellt können wir den aufkleber hier drauf machen ok haben wir eine haftnotiz wunderbar wir haben drei rechner die stellen wir jetzt einmal hier hin und werden unseren rechner mal starten dann fangen wir mal an die agnose stellen machen wir den mal auf hängen den an den strom und gucken mal was macht er er startet schon mal das ist doch schon mal was wenn er so problemlos läuft könnte es ein virus sein oder es ist irgendwie die cbü kaputt dass sie nicht bei last läuft beziehungsweise vielleicht ist auch keine wärmeleitpaste mal richtig drauf da werden wir mal schauen was wir da rausfinden werden so das war der rechner wo wir einfach nur die platte einbauen werden und das heißt einmal die kabel verbinden hier werden wir dann auch einmal den 3d mark laufen lassen und wir werden hingehen und werden den virus genau quasi einmal durchziehen da sind wir eigentlich so am sichersten so du bist wieder fertig nö sieht gut aus dann gucken wir doch mal der ist sauber müssen wir hier auch in 3d durchführen ok und die cpu noch an das war glaube ich der rechner der der rechner wo unser was onkel oder so keine ahnung da noch das geschäft hatte in den stecken wir schon mal hier rein Ah, jetzt haben wir hier auch die Aktion, wo muss ich den denn jetzt installieren, der wollte. 8 GB Speicherkapazität aufrüsten. Ah, okay. Hier stehe ich, hier stehe ich, hier stehe. So, da hatten wir nicht richtig geguckt. Hm. Hm. Okay, das haben wir ja gemacht, übrigens. Okay, also der wollte quasi die Festplatte auf ziemlich den Speicher, da hatte ich 500. Also brauchen wir 7,5. 7,5. Okay. 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 Mal gucken, wie viele Blätze hat der denn jetzt hier frei eigentlich. Der hat nur 2, dann müssen wir 3 von den. Und so ein, wenn man auf 8 will. So, jetzt sind wir mal schon im Warenkorb gucken. Also dann kann man, die 500 müssen wir rausschmeißen. Die brauchen wir nicht. So, dann nehmen wir die und dann brauchen wir noch 2 TB und dann haben wir die 8 zusammen. Okay. So, da gab es so ein kleines Missverständnis. Okay, der ist fertig. Jetzt habe ich vergessen die Programme zu deinstallieren, das wollen wir schon machen. Das ist ja schließlich unser Geld, wenn da was nicht läuft und sonst was. dann sollen sie ja zu uns kommen und ich... Ja, man sollen dann nicht selber den EOS-Scanner sonst was laufen lassen. So, jetzt mal gucken. Ähm, brauchen wir noch ein paar Türen. So, jetzt mal gucken. Ich darf grün wollen. So, jetzt mal gucken. Ähm. So, jetzt mal die Audio. So, jetzt mal die Gleaf. Wer ist das denn her? Da. Okay, also der ist jetzt fertig irgendwie. Ja, quasi. So, dann können wir die jetzt schon mal gut abstellen. So, das war die Arztpraxis. Können wir den noch im Flur abstellen? Können die zwei schon mal quasi Kohle kassieren? So. So. So langsam kommen wir so ein bisschen. Ja. So. Und dann hier. So. 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 dann das war das andere hier da müssen wir hingehen ok, dann kommt das quasi hier Ritual ok, dann nehmen wir das mal an Deep of Legend Mindestanforderungen höher ja ab 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 Okay, dann lassen wir das mal jetzt. Also, dann können wir doch hier schon mal die Sachen quasi bestellen, dass wir die hier schon mal haben, so League of Legends, gucken wir mal, League of Legends, mindestens in Forderung, so 4 GB RAM, gucken wir mal, was wir hier haben, alles. Dann speichern. 8,8. Jetzt könnten wir ein Motorrad 2133 bestellen. Wahrscheinlich ganz unten sind sie nicht mehr. Gucken, ob die überhaupt noch da am Motorrad 4, genau. Dann stellen wir einmal dazu. So, dann haben wir jetzt schon mal 4. Dann brauchen wir eine RX 75. Geh! 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 Rx170, die wird denk ich weiter unten sein. Rx170. 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 Ja, das müsste klappen eigentlich, da brauchen wir keine Speicher, äh, keine Grafikkarte. So, Festplatte holen wir noch, so ein i5, 66, was holen wir da? Gucken, können wir mit dem AMD vielleicht was machen? Und die 5, gucken wir mal an. Und die, das sind 5 AMD, das sind 5, was haben wir denn da? Nochmal. Und der, der 14er. Ja, dann können wir die nehmen, der ist gleich stark. Dann müssen wir quasi hier gucken. Da brauchen wir nicht, Prozessor-Kuhlung. Nehmen wir hier eine Plantino. Und die 5. Das ist einfach noch zu früh. 5, 4 genau. Jetzt hätten wir sogar einen AMD 4 haben wir noch da, dann behalten wir den auch noch. So, Speicher haben wir, Grafikkarte haben wir, Festplatte. Können wir gleich zwei Stück nehmen. Netztes Teil hatten wir glaube ich auch noch irgendwas da. Dann haben wir nochmal ein zweites rein. So, Gehäuse. Auch zwei Stücke rein. So, dann haben wir doch das schon mal. Dann hätten wir, denke ich, den mit League of Legends abruf gestückt. Und dann folgern wir das hier. Auch hier die Mindestanforderung. 1,8, 8 Hammer. 3 VR-Ram. So, den Ryzen 5-16, den Ryzen 5-16. Ryzen 5. Ryzen 5. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 10. 5. 5. 5. 7. 9. dann brauchen wir noch mal eine neue platine ja das passt eigentlich das müssten wir jetzt eigentlich haben das heißt die zwei terabyte platten sind wir bei sechs die zwei sind wir bei acht zwei lüfter und zwei festbretten wir haben das hier zwei gehäuse dann haben wir das gekauft dann würden wir jetzt mal hingehen hier einmal quasi schluss machen drücken wir drauf und wir beenden die folge denn wir werden dann in der nächsten folge weitermachen wenn es euch gefallen hat dann wisst ihr was ihr machen dürft ihr dürft einen daumen nach oben setzen ihr dürft hingehen mir einen netten kommentar schreiben oder generell kommentar schreiben und ich freue mich wenn wir uns dann wiedersehen wenn wir hier die ganze hölle zusammenbauen macht gut tschüss